Tja, eigentlich haben wir uns viel, viel mehr vorgenommen, als wir heute gezeigt haben. Ich denke, wir können besser Fußball spielen, haben zum ersten Mal mit der Dreierkette operiert heute, haben da uns ein bisschen mehr Zugriff durchs Mittelfeld erhofft und dann über die Außen zu spielen. Das ist uns heute überhaupt nicht gelungen, erste Halbzeit nicht und somit sind wir mit dem Spiel sicherlich nicht zufrieden. Die Saison davor haben wir uns immer sehr schwer getan und jetzt halt so einen guten Gegner auch gleich hier und ein Auswärtsspiel und wir haben das Bestmögliche da rausgenommen, aus der Partie und dass wir so gut da reinkommen, gleich in der ersten Halbzeit 2-0 führen, ist schon starke Leistung von uns. Wir müssen weiter an uns arbeiten, dass wir den Vorsprung weiter ausbauen nach Möglichkeiten, wir dürfen uns keine Fehler erlauben und wenn wir dann mal einen Fehler machen, haben wir, denke ich mal, noch genug Polster, um das vielleicht bis am Ende der Saison über die Bühne zu bringen mit dem Aufstieg. Vielen Dank. Vielen Dank.